Also Leute, hier sehen wir, eigentlich heißt, diese Bucht ist Bier. Wegen Bio-Elfabetik. Das gehört alles zum Nationalpark. Roberto Maria D'Agostino. Roberto Maria D'Agostino. Die Einzigen, die hierher kommen, sind wir. Und wir aus drei. Wir sind hier südlich von dieser große Insel Feuerland. Gestern haben wir den Marinelli gesehen, der war genau auf der anderen Seite. Und deswegen wird der Marinelli immer kleiner, haben wir erklärt, weil er nach Norden orientiert ist.